Sehr viele Rabbiner, sehr viele, die sich damit beschäftigen, sagen, Moment mal, unsere Bibel, die Tora, hat mehrere Botschaften. Das ist nicht so ein Freifahrtschein, ihr seid mein erwähltes Volk, macht, was ihr wollt, ihr habt mein Segen. Sondern Gott ist durchaus, ich meine, dramatisch, jetzt Buch Hosea zum Beispiel, andere, also das heißt, Gott ringt, also Gott sagt ja, warum seid ihr immer untreu geworden? Oder warum wollt ihr wie andere Völker sein, einen König haben und, und, und. Ich meine, wir könnten da jetzt stundenlang drüber reden, wie es diese Doppelbotschaft gibt. Nämlich, wenn Israel verfolgt ist, unterdrückt ist, ist Gott der Tröster, ist Gott, der sagt, ihr seid mein Volk, ich will euch wieder sammeln, ich bin bei euch, ich bin da. Wenn aber Israel sozusagen arrogant wird, brutal wird, andere Völker unterdrückt, dann sagt Gott, ich habe euch verworfen, also ich habe euch, also kehrt um. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich sagen würde, jetzt als Christ, zum all meinen Mitchristen, ja, es ist wichtig, dass wir sensibel sind gegenüber dem jüdischen Volk, dass wir auch da wirklich uns beschäftigen mit dem jüdischen Glauben, dieser wunderbaren Hochreligion. Aber, dass wir nicht den kritischen Blick verlieren, auch auf das, was politisch geschieht und nicht sozusagen da gleich irgendwie Gott drüber kleistern und alles irgendwie gut finden, sondern... ... ...